Was geht Freunde? Euer Lieblingshund Kyo ist wieder back am Start auf Minecraft Matrix und heute sind wir versammelt mit allen Leuten. Also Luke ist da, Hanlig ist da, Wuli ist da und ich wollte euch mal kurz hier mal noch ein Status-Update zeigen. Also das hier ist alles im Livestream passiert und wir haben heute geplant, dass wir jetzt dann in den Turm reingehen, während wir jetzt schon alle versammelt sind. Und deswegen, was geht Freunde? Geht's euch gut? Wir haben gefarmt und Luke hat irgendwie sein Dirt jetzt da wieder replaced. Wir haben den Command-Block da hinten. Hast du den auch schon gesehen, Luke? Ja, den haben wir beim letzten Mal tatsächlich gesehen und wir wissen immer noch nicht, was der macht. Ja, da ist auch ein Knopf dran. Also Wuli und ich haben es herausgefunden, was der kann. Echt? Aber deswegen drückt er nochmal. Warum hat der die ganze Zeit Jump-Boost? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, mach mal. Ist es cool oder schlecht? Ey, warum schwimmt hier? Was soll das? Warum schwimmst du nicht? Warum schwimmst du nicht? Ist die Frage. Ich habe Wasser. Moment, Wasser, Eimer, Wasser, Eimer. Warte, 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 warte. Jetzt, 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 zick. Oh, der hat Dias. Joink. Let's go, let's go. Ich habe es an Dias geklaut. Na, Spaß, Junge. Spaß, Junge. Jetzt schreibe ich nicht so an, Alter. Schreibe ich nicht so an. Das ist crazy, Bro. So, hier kriegst du auch noch einen Ofen. Das Chicken habe ich dir abgezogen. Hier, 35 Gold für dich. Jetzt reicht's aber. Aber wir haben irgendwie alle die NMG gerade vermasselt. Aber jetzt, jetzt reicht's. Ah ja, und wir haben etwas sehr Interessantes noch entdeckt im Livestream. Wo ist Hardlink? Hardlink, komm mal her jetzt. Hardlink. Hardlink, komm jetzt. Wir haben nämlich, wir haben nämlich eine große, große Mission. Wo greifst du ihn an? Hardlink, Hardlink, Hardlink. Wir haben eine große Mission. Und zwar ist da hinten so ein Turm, so ein Villager-Turm. Komm, 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 komm. Was für ein Villager-Turm. Da, guck dir das an. Das hat mir eine entspannte Folge gemacht. Ja, nix entspannt. Guck mal, guck mal. Der war schon in unserem Livestream einfach dran. Das da hingehen. Ich hab da schon ein paar Items aus der Kiste klauen können, tatsächlich. Hättest du sicher, dass wir da hingehen sollen? Hey, das ist übertrieben cool, Bro. Lass mal nix da hingehen. Wer hat denn das von euch gebaut? Niemand, der war einfach da. Hallo, habt ihr irgendwie ein Amboss gebläht? Nein, das war Amboss, Bro. Nimm den einfach mal mit. Ich glaub, wir sind jetzt im Turm. Warte mal, hier stehen sogar unsere Namen. Warum sind die unsere Namen und unsere... Das passt so jetzt zu unseren Skins. Warte mal, Jungs. Moment. Okay, ich hab meinen Respawn-Punkt gesetzt. Aber das ist jetzt der Turm. Das ist der Turm. Wir können hier nichts abbauen. Wir können immer noch nichts abbauen. Warte mal, wir können rausgucken, aber das geht eine Sekunde mal weg. Warum sind das unsere... Warum stehen hier unsere Namen, Mann? Warum sind hier noch die zwei Fragezeichen? Und warum sind das genau unsere Farben? Fehlen da etwa zwei Spieler oder was soll das sein? Das hier ist rosa, passt zu deinem Hut. Und hier ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe, rosa. Ich hab eine Truhe gefunden. Oh, du kannst das auch machen. Könnt ihr da reingehen? Kuchen, let's go. Ja, cool, Emeralds. Warte mal, warte mal, Emeralds? Das sind zwei Emeralds gewesen, ja. Das hier ist ein Fahrstuhl. Hier, steht was. Komm mal her, komm mal her. Was, was, was? Findet alle vier Schlüssel. Sie sind nicht leicht. Also die Schlüssel sind schwer. Die haben wahrscheinlich ein hohes Gewicht. Oh, ja, Mann. Ich glaube, sie sind einfach nicht leicht zu finden. Echt, ja? Okay, Mann. Wo fährt die hin? Wo fahrt die hin? Ganz nach oben? Okay, lass mal ganz nach oben. Das ist übertrieben geil, oder? Bereit für die Wahrheit? Ey, guck mal, man kann nicht rausgucken. Schlüssel 1, 2, 3, 4. Moment. Man kann nicht rausgucken. Guck mal. Voll geil. Was ist hier? Warte, da hinten wohnen wir. Da hinten wohnen wir. Ey, Junge. Wir sind dann wirklich im Turm. Das ist das hier. Bereit für die Wahrheit? Habt ihr das gehört? Was? Ein Hornkreuz? Das ist ein Skulk-Sensor, habe ich gehört gerade. Schlüssel, 1 Schlüssel, 2 Schlüssel, 3 Schlüssel, 4. Wir brauchen 4 Schlüssel. Okay, wie? 4 Schlüssel. Glaubt ihr, wir müssen in den unterschiedlichen Etagen gucken, von unten nach oben, oder wie? Das war ich jetzt mal schon gesagt. Sind wir nicht ganz unten. Oh, wir sind... Oh, Jungs! Okay, okay. Kommt runter. Ich will nicht alleine gehen. Ja, wir gehen jetzt... Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. So, wir gehen jetzt von Etage zu Etage am besten. Da waren richtig viele Monster. Okay, Leute, kommt nochmal ganz nach unten. Ganz nach unten. Alle nach unten. Luke. Ach so. Luke, wo ist Luke? Ich weiß es nicht. Luke, komm nach unten. Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Komm nach unten. Ich bin da, ich bin da. Ich nehme jetzt alles mit. Okay, okay, wir haben jetzt beschlossen, wir gehen von Staffel, von Etage zu Etage. Fangen wir hier oben an oder unten an? Ja, von unten nach oben, ganz normal. Let's go. Eine Etage höher. Eine Etage höher, let's go. Was ist hier? Was haben wir hier? Ihr seid zu weit gefahren. Tür. Ihr seid zu weit gefahren, hallo. Oh mein Gott. Was ist da? Achtung. Höh. Oh mein Gott. Wir sind in der ersten Etage. Oh mein Gott. Jetzt kommt doch her. Oh mein Gott. Was ist das? What? Wie viel Schaden machen die? Oh Jungs, ich habe kein Schild mitgenommen. Ich bin voll idiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt immer mehr. Da kommt immer mehr. Mach die Türe dazu. Aua. Habt ihr ein Schild noch oder Iron oder Holz oder so? Nee, ich habe nur ein Schild. Oh Jungs, ich habe alles weggebrochen. Was ist da drin? Was ist da drin? Geht mal einer rein. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Das ist Spawner. Das ist Spawner. Das ist Spawner. Ich leuchte Spawner aus. Ich kann ihn nicht ausleuchten. Aua, das ist sicher und Luke. Leute, rein. Oh, ich habe mich mehr da. Leute. Wo ist da rein? Die Tür ist eine Safety-Tür. Hier ist eine Safety-Tür. Komm schnell rein. Schlech rein. Komm, komm mal rein. Du gehst hier auf mich zu schlagen, Junge. Ich bin das. Ich war das nicht. Du hast mich zweimal geschlagen. Ich habe was. Was ist das? Was? Ich habe Schlüssel eins. Der ist raus, 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 raus. Warte, komm, komm, komm. Raus, raus, raus. Schlech raus, Leute. Schlech raus. Ja, mach die Tür doch kaum zu. Junge, hör auf mich zu hauen. Was ist denn mit euch? Ich bin kein Skelett. Ist das doch ernst? Was hast du jetzt, Wuli? Was ist das? Schlüssel eins. Offenbart dieser Schlüssel den Weg? Oder nur ein Teil von etwas Großem. Ey, warte, warte mal. Was denn? Können wir den oben? Ich habe gerade ein Schwert gedroppt bekommen. Und hier steht Vernichter. Und da steht eure Strafe. Ey, das habe ich auch. Das habe ich auch bekommen. Oh mein Gott. Geh mal, geh mal, geh mal. Zeig mal, zeig mal. Vernichter eure Strafe. Warum unsere Strafe? Von was? Was haben wir denn gemacht? Ja, frag mich nicht, Bro. Okay. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass wir hier gefangen sind. Lasst den Schlüssel nach oben bringen. Ja, safe, safe. Nach oben. Wie nach oben. Achso, wollen wir den Schlüssel? Dann haben wir den schon mal. Safe. Ich glaube, das ist das 1. Ich glaube, das ist das 1. Ich glaube, das ist das 1. Ich glaube, ich muss den bei Schlüssel 3 platzieren, oder? Mach jetzt richtig. Seid ihr wohl richtig? Mach jetzt. Yeah, es funktioniert. Go. Okay, wir brauchen die nächsten. Let's go. Oh, Jungs, Alter, ich bin verstomt. Wir müssen rechtzeitig rausspringen. Was ist hier? Was ist hier? Wer ist da? Geh mal weg, Alter. Oh, wer ist das? H2. Moment. Hier. Moment. Hier, hier, genau. Was ist das denn? Don't you wohnen? Ah. Okay, was ist hier? Was ist hier? Hey, hier steht was. Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Ebene 2? Was? Ist das nicht Ebene 2? Oh. Nein, nein, ihr seid Ebene 4. Warte, hier steht was. Hier, guck mal. Hier hinter ist ein... Kann das sein? Hallo. Okay, 1, 2, 1. Warte, Leute, 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 was seid ihr? Was macht ihr? Ah, hier, jetzt sind wir hier. Hier ist ein Wasser. Und was bringt euch all das Leid? Was? Was ist denn Leid? Jungs, wo seid ihr? Ja, Etage 2 kannst du nicht zählen. Ah, Digga, warum sind hier keine Nummerierungen? Das ist voll nervig. Guck mal, was hier steht, Karndink. Leid. Was meinet ihr mit Leid? Was bringt euch all das Leid? Äh, gar nichts. Oh, habt ihr irgendwas angestellt? Hä, nein. Ich bin doch ganz normal hier auf dem Surfer. Was soll das denn jetzt? Wer von euch hat das jetzt gebaut hier? Was ist das jetzt für... Niemand hat das gebaut. Das ist genau so erschienen wie die Bedrock. Wir haben doch gar keine Adminrechte. Hier ist doch alles geflaggt, dass man nichts abbauen kann. Immerhin, hör. Kann man eigentlich was placen? Man kann auch nichts hin platzieren. Nichts. Hier hat's auch noch was. Leute. Schlüssel. Oh, mein Gott, mein Schlüssel. Oh, mein Schlüssel. Au. Hier hinter ist ein Schlüssel. Ich kann hier rüberspringen mit meinem Jumpboost. Er kann hier rüberspringen. Deswegen hast du Jumpboost die ganze Zeit gehabt. Ich hab ne Truhe. Das ist ne Truhe. Was ist da drin? Was ist da drin? Schlüssel 2. Was? Oh, Uli hat den 2 einen Schlüssel. Ey, Jungs. Warte, 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 da steht wieder was drunter. Offenbart dieser Schlüssel den Weg oder nur... Stimmt. Er hätte aber... Aber wartet mal, Leute. Wartet mal, Leute. Uli hatte, bevor ich auf diesen Server kam, schon den Jumpboost. Also ich hab da nichts zu tun. Richtig. Das heißt, das war von Anfang an geplant so. Irgendwann von euch, was dann? Aber jetzt ist das einfach zunächst eine Etage. Okay, einfach zunächst. Nicht direkt platzieren. Oh mein Gott. Leute. Was ist hier? Oh mein Gott. Dorfbewohner. 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 Nein. Schaut euch jetzt mal. Wo ist das Zeug? Schaut euch mal an, wie... Oh, glaub ich, diese Emerald-Aussicht. Leute. Wow. Das ist ein hübscher Emerald. Seht ihr das? Das ist ja auch ein Glaubenssicht. Glaub mal, was hier steht. Ey, Leute, 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 Leute. Wartet mal, was ist hier los? Ich hab ne Spitzhackel. Ich hab ne Spitzhackel. Guckt euch die Spitzhackel an. Cool, wir haben alle Spitzhackel. Die Säule des Verräters birgt Geheimnisse. Bau den Verräter ab. Zeig mal die Spitzhackel. Ey. Ich hab auch eine. Ich hab auch eine. Hier, bau den Verräter ab, steht da. Die droppen die. Ich hab... Leute, Leute, ich glaub, ich hab den Verräter gefunden. Komm mit. Was? Der fasst nie wieder den Emerald an. Ah, ein Fake-Emerald. Baut die Säule ab, heißt es. Ich hab auch... Ich will, ich will, ich will. Schlüssel 3! Let's go! Was steht da drauf? Chill, 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 chill. Okay, Schlüssel 3. Ich erzähle. So nah dran. Doch noch so weit entfernt. Was? Was ist denn damit gemeint? Sketchy-Bahn. Jetzt krieg ich irgendwie den... Bro, warum willst du den Emerald, man? Guck doch mal an die nächste Etage. Bitte, bitte, bitte. Guck doch mal an wie der aussieht, der Emerald. Emeralds sind unten? Oh, oh. Was willst du damit? Emeralds sind wirklich... Egal, komm. Komm jetzt. Nächste Etage. Und die sind blockiert. Die sind blockiert. Oh mein Gott. Hier. Oh, sorry, sorry, sorry. Das wäre jemand gewesen. Hier, die Kiste hab ich... Die Kiste hab ich geöffnet bekommen. Etwas passt nicht. Wir haben den nicht platziert. Den Hebel haben wir nicht platziert. Ja, egal. Etwas passt nicht. Etwas passt nicht. Oh, hier ist was drinne. Hier ist Brick. Oh, oh, oh. Ich hab den... Ich hab das Drachenlein nach außen teleportiert. Hoppala. Ich konnte die Bücher rausnehmen. Hier ist ein YouTube-Play-Button. Hier ist was drin. Was, YouTube-Play-Button? Hier ist ein Play-Button. Nimm den mit. Wo ist denn... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Irgendwas stimmt hier nicht. Moment. Was denn? Das passt hier nicht. Ich hab das Drachenei halt aus Versehen weggemacht. Oh nein. Oh nein. In den Fässern nichts, okay. In dem Fass waren Brick und zwei so random Steine. Irgendwas passt nicht. Der Block passt nicht. Der Block muss weg. Was ist denn das? Der hier. Oh. Du bist so schlau. Schlüssel 4, oder? Öffnet die Tür eurer Wahrheit. Was? Okay, ab nach oben, Leute. Ab nach oben. Ab nach oben. Stimmt. Okay, okay. Jetzt macht das Schild Sinn. Bereit für die Wahrheit. Komm platziert den Schlüssel los, 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 los. Mach, mach, mach. Mach den dritten Schlüssel. Ich hab den dritten Schlüssel. Lass ihn gleichzeitig drücken. Okay, drei. Lass ihn gleichzeitig drücken. Okay. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Oh. Ist offen. Ist offen. Wollen wir da wirklich durch? Vorsichtig. Was machst du hier? Was machst du hier? Wer ist das denn? Wer ist er? Warum guckt der mich an? Warum guckt der mich an? Warum guckt der dich an? Warum guckt der dich an? Warum guckt mal auf sein Name Tag? Wieso guckt der mich an? Was ist mit dem? Warum hat der so verpixelte Zeichen? Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Warum hast du ihn gedrückt? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, Mann. Entspannt euch, entspannt euch. Okay. Um uns rum ist Wolle. 100%ig. Nein. Das ist keine Wolle. Das ist Wolle. Wir können sich abbauen. Was ist das? Wir können auch wirklich rausbauen. Hier ist gar nichts. Das erinnert mich, wo wir dieses Horror-Let's-Play gemacht haben, Kiro. Wo ich nichts zu sehen habe. Was ist denn ein Let's-Play? Ach, komm. Es geht dich gar nicht an, ja? Warte mal. Wir sind in einem Raum. Wir sind auf jeden Fall in einem Raum. Der ist rechteckig. Ihr dann eine Ecke. Geh dann eine Ecke. Geh dann eine Ecke. Ich bin an einer Ecke. Ah, das ist smart. Ich probiere jeden Block auf und gucke, ob ich runtersneaken kann. Ja, mach mal. Mach mal. Vielleicht ist da irgendwie so ein... Wir gehen in den Uhrzeigersinn. Auf euren Blöcken. Wir gehen in den Uhrzeigersinn. Okay. Nee. Vielleicht können wir hier Sachen platzieren. Vielleicht muss ich auch irgendwo durchhüpfen. Keine Ahnung. Versuch mal. Ich seh auch einfach nichts. Ich kann hier auch nichts passieren. Oh, meine Fakkel sind despawned. Ja, nee. Du musst einmal wegnehmen. Du musst mal ein Inventar draufklicken. Wie kommen wir jetzt hier raus, Bro? Vielleicht ist hier irgendwie ein unsichtbarer... Warte mal. Warte mal. Soll ich mal Wasser platzieren? Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Eure Schuld. Eure Schuld. Was? Na, Bro. Ihr habt alles zerstört. Das ist creepy, Bro. Das ist creepy. Oh mein... Wir sehen alles. Wir sehen alles. Was macht ihr da? Wo sind wir? Wo sind wir? Oh mein Gott. Was ist das für eine riesige Statue? Und es regnet auch noch. Bro, was ist gerade passiert? Warum war der Villager, Mann? Hey, hey, hey. Wer hat das Zeichen hier platziert? Das will ich nie wieder sehen. Hä? Hast du das gemacht? Ja. Hey, hey, hey. Ich bin nicht allein. Das ist komisch. Das ist komisch. Komm mit. Das ist ein Creeper. Ja. Ja, der kann ja von mir aus Creepen, Junge. Was ist das hier, Bro? Wie riesig ist diese Statue? Warum habt ihr rote Augen, Leute? Wir sehen alles. Wir sehen alles, heißt es. Jungs, die hat rote Augen. Was ist das Creeper? Oh. Ich mach mir am wenigsten so lange über die Augen. Bin ich dir ehrlich, Wuli. Komm mal, wir können rein. Wir können rein. Wir können rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist hohl. Junge, was ist das für eine Monsterfarm? Bro, das ist einfach nur hohl. Oh mein Gott. Was wollen die denn sehen? Der ist innen hohl? Wenn das hohl ist, dann sollen die. Ja, der ist hohl, so wie alle Villager von innen. Aber wir können nicht in den Kopf reinschauen. Also der Körper ist halt bloß hohl. Wir können aber nicht in den Kopf hochschauen. Lass uns das hochbauen. Lass uns das hochbauen. Lass uns das hochbauen. Lass uns das hochbauen, ja? Ich hab keine Blöcke. Aber ich glaub nicht so viele. Also ich hab Stackwise beim Cobblestone-Generator. Oh ja. Lass uns beim Cobblestone-Generator gehen. Ich hab da extra viel abgebaut. Ich war sehr lange afkar. Oh mein Gott, Freunde. Was soll das denn hier? Wie ist das passiert? Wo ist denn der Web? Aber in. Ja da hier, hier, da ist die Kiste. Die ist, sie ist ja nicht richtig krass gefüllt. Ich bin dir aber ehrlich. Irgendwie ist das ziemlich cool. Also es ist zwar creepy auch, aber eigentlich auch cool. Ja, halt. Wer war noch ein bisschen Cobblestone? Ja, nimm hier aus der Kiste. Wo hab die Blöcke? Ich glaub ich schon. Let's go! Wir gehen jetzt in sein Coop. 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 Wir gehen von innen. Wir gehen von innen. Ey, aber Jungs, Jungs. Was denn? Ist euch schon mal aufgefallen? Also was ist das für ein Villager? Ein Fletcher. Ein Fletcher? Stimmt. Und was machen die? Haben Fletcher so ne Mütze auf? Ja, ja. Mal. Bogen, oder? Ihr wollt von innen gehen? Okay. Ich weiß nicht so viel über Fletcher, Luca. Du kannst nicht jede Frage... Stimmt. Bist du für nen Fanboy? Ich bin voll schnell... Ey, er hat auch Jampus 3. Ey Junge, was wie schnell ist es? Bro. Er ist einfach schon oben. Oh shit. Oh, das war close. Was? Skelett. Sind wir oben? Äh, ich glaub noch nicht. Wie lange denn noch? Alter. Alter, wie groß ist diese Statue? Wie hoch ist denn dieses Scheißding? Ne, warte mal. Sein Kopf ist doch wohl. Das ist so geredet. Hä? Ich hab auch mich nie mal sehen. Er ist Woolly. Ach, Junge. Sein Kopf ist tatsächlich wohl. Ey, vielleicht ist in der Nase was. Du bist nicht Nase. Ne, ist nichts. Ist auch nichts, ne? Ja, ist halt ehrlich nichts. Ja, okay. Dann lass es rausgehen. Oh. Oh. Wir sind gefangen. Wir können die Statue, können wir nicht abbauen. Guck mal. Oh mein Gott. Warte mal, die Fackeln, die wir auch platziert haben, gehen nicht mehr ab. Warte mal, wir können kein Wasser platzieren, oder? Stimmt. Doch, doch. Oh nein. Doch, das geht. Okay, gut, dann platzieren wir Wasser. Okay, dann geh ich wieder runter. Hä, wie random war das denn jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Creeper. Creeper kommt geflogen. Ah! Nein! Raus hier! Raus hier! Raus hier! Raus, 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 raus! Raus! Das ist voll gefährlich da drin. Aber die haben endlich den Mobfarm hier in der Welt. Ja, true. Wir beobachten euch, wir sehen alles. Aber der hat halt wirklich rote Augen. Guck mal. Gibt es Villager mit roten Augen? Luke? Nein, Luke. Bachmann. Du hast blaue Augen, ne? Tatsächlich, manche Villager können auch rote Augen haben. Ihr müsst mal darauf achten und nicht die ganze Zeit immer hier einfach nur ausnutzen. Wie ausnutzen? Was meinst du, was redest du? Machst du doch auch, Bro. Also, kannst du mir nicht sagen, dass du mit dir nicht trainierst. Beziehungsweise Reparatur. Das kriegst du sonst nirgends. Angeln! Angeln! Er sagt einfach Angeln! Das ist die Antwort auf alles. Angeln. 42. Das hat aber ein bisschen lang gedauert. Ich kann meine Steuern nicht zahlen. Angeln. Wusstet ihr, dass Villager das Mending und so selber herstellen können? Und die Spieler können das ja nicht machen. Ja, richtig. Die sind eigentlich krasser als Spieler, finde ich. Das finde ich auch. Die wurden mal das Problem mal erklärt. Warum denn? Ja, es muss wirklich woanders platziert werden eigentlich. Wo denn? Hat sich vielleicht über einen Command-Block über Lukes Haus auf dem Dach irgendwas geändert? Stimmt. Ey, aber wisst ihr was? Digga, dieser Villager, der sieht gruselig aus, wenn er da hinten so im Regen steht, Mann. Wir können ja den so einbauen einfach. Ich drücke hier. 3, 2, 1. Wir kriegen immer noch Levitation. Nein, ich habe keinen Wassereimer. Oh, nee. Oh, nee. Warte, ich werfe dir einen zu. Mach die Luminaten-Emergie. Mach Gott, Level 2. Luke! Luke, platzier bitte Wasser da unten. Luke, platzier Wasser! Ja, da ist es. Ich wette. Er trollt uns. Er trollt uns. Wie lange fliegen wir? Oh, er hat das noch nicht weggemacht. Uli ist gestorben! Okay, Freunde, keine Ahnung, was heute passiert ist in der Folge, aber es war sehr, sehr spannend. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr wollt, abonniert mich und haut die Glocke komplett kaputt!